Hallo Leute, grüßt euch wieder bei den News, wo die Fakten nicht deutlicher formuliert sein könnten, wo die Aktualität durch das Wort Online jede Woche für euch neu geschrieben wird, wo der Moderator erotisierender ist als ein Pornodarsteller. Ja, willkommen bei den World Wide Online News der 80er. Mit dabei, wie immer, der bekannteste YouTuber, seitdem es YouTube gibt, mein Ex und seine Assistentin mit dem Namen OkGoogle, die wie immer kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich würde sagen, viel Spaß! Und hier kommt der Mann der Stunde, nur für euch, mein Ex! Mein Ex bei Jitka! So Leute, grüßt euch wieder bei mein Ex. Ja, meine Laune könnte auf jeden Fall nicht besser sein. Oh, was ist das denn hier? Oh, Moment, ich krieg hier ein Update für mein Handy, geil. 12.1 ist raus. Ha, scheiße, erst noch ein Ladekabel, anschließend steht hier. Nicht anschließen, du Vollidiot. So, ab geht's, würde ich mal sagen. Ja, es lädt und das Update kommt, supergeil. Supergeil. So, ja Leute, dann wollen wir mal direkt durchstarten. Oh, was ist das für ein Sound hier? Was ist hier los? Nein, nein! Meine Ex, ich habe es dir gesagt. Der Klassiker halt, die Handys explodieren. Weg ist er. Supergeil. Ehrenmann. Ja, im Moment ein Dauerbrenner bei mir. Ihr ratet es wahrscheinlich schon, worum es geht. Und ab geht's. Ja, es ist natürlich das iPhone X von Apple, Leute. Ja, ein Lieder hat das iPhone X geladen und dabei sich das Update gezogen von 12.1. Ja, und was ist da der Klassiker oder was ist da passiert? Ja, das Gerät ist im wahrsten Sinne des Wortes, ja, hat sich mal Luft aufgelöst, quasi ist es explodiert. Ja, sowas passiert, nicht nur Samsung und dann scheint jetzt aber auch Apple. Ja, ich bin mal gespannt, was aus der Geschichte wird. Auf jeden Fall hat dieser Mann das direkt getwittert nach Apple. Ich finde Apples Reaktion ziemlich witzig oder sehr interessant. Apple schrieb darauf zurück, ja, er möge das doch bitte als Privatnachricht schicken und das nicht hier öffentlich teilen. Ja, Leute, das ist schon zu spät. Das ist schon komplett durchgesickert, dass hier ein Handy mal wieder explodiert ist. Tja, und diesmal war es halt eins von Apple. Tja, die kommen nicht raus, der Dauerbrenner, I love it. Haben wir schon. The next one. Zack. Windows 10 Oktober. Ja, Leute, das Update kommt wohl jetzt doch. Es ist auch überarbeitet worden, aber auch das Update kommt aus seinen Fehlern leider nicht raus. Es hat doch immer noch mehrere Bugs, deswegen wird es auch nicht an jedes Windows 10 System ausgeliefert. Einmal dreht es sich um die Grafikkarten von AMD, die HD 2000 und die HD 4000. Ja, da gibt es wohl Probleme mit dem Edge Browser, dass es dann zu Abstürzen kommt, wenn das Update geladen wird. Das ist aber nicht alles. Es gibt auch immer noch Probleme mit Trend Micro und iTunes. Die bekommen die Software oder das Update von Windows 10 auch noch nicht. Und es geht noch weiter, VPN in irgendwelchen Kombinationen hat angeblich auch Probleme, das heißt, ihr kommt nicht mehr auf die Netzlaufwerke drauf. Ja, da ist noch lange nicht alles im grünen Bereich, aber nichtsdestotrotz wird es schon ausgeliefert. Was ich natürlich interessant finde, dass sie natürlich komplett den Rechner vorher anscheinend überprüfen, was für eine Software habe ich installiert, was für eine Hardware ist auf meinem Windows 10. Weil sonst könnte Windows 10 ja gar nicht wissen, was da alles auf meinem Computer drauf ist. Ja, das hinterlässt so einen faden Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Weg damit. Ja, das haben wir auch schon. Arrivederci. So, vernichtendes Urteil. Ja, Leute, das vernichtende Urteil gegen Fallout 76. Viele haben sich drauf gefreut. Ich war eigentlich auch ein bisschen heiß drauf, ganz ehrlich. Habe es mir dann auch mal bei YouTube reingezogen oder wie gesagt, die Gameplay dort mal reingezogen. Ja, Leute, und meine Erwartungen wurden eigentlich auch nicht erfüllt. Ich fand ganz ehrlich, die Grafik nicht wirklich gut. Man sah, dass die Texturen einfach noch nicht ausgearbeitet waren oder einfach noch nicht fertig waren. Das sieht man ganz genau. Also, in dem Video habe ich es auf jeden Fall gesehen. Wenn man die Hand beobachtet. Ja, Leute, die Hand sieht nicht wirklich aus wie eine Hand. So viel mal dazu. Ja, und viele Leute entladen jetzt ihren Frust. Ja, ganz schlechte Bewertung. Von 1000 Bewertungen waren schon ungefähr 700 extrem schlecht ausgefallen. Also quasi nicht positiv. Und so sagen es auch die meisten Spieler. Das Ding ist noch in der Beta-Variante. Es gibt kaum Computergegner, die einen angreifen oder sonstiges Mal. Läuft durch riesige Gegenden und angeblich passiert wohl nichts großartig. Tja, Leute, ich glaube, da haben die mal keinen guten Start gehabt. Jetzt haben die eine Bewertung gekriegt von 3,2 von 10 Punkten. Also natürlich für so ein Game überhaupt nichts. Tja, manche reden sogar vom Müll. Tja, das bleibt wohl jedem selbst überlassen. Aber ich befürchte, da haben die einen schlechten Start hingelegt. So, Abo-Zeit, Abo-Sound finde ich wieder supergeil. Okay, Google, was hast du dazu? Abo-Zeit! Du bist ein Fried. Ich hoffe, dass dich die Leute trotzdem abonnieren. Das ist nicht nett von dir, aber nichtsdestotrotz, Leute, darauf gönne ich mir ein. Und ich freue mich auf noch mehr Abonnenten. Prost! Was ist denn hier los? Was machst du da? Was machst du? Was? Du hast ein Update fürs Handy gekriegt? Du sollst das Leidergrit anschließen? Nein, mach das auf gar keinen Fall! Nein! Nein! Alter, was ist denn hier heute los? Meine Güte, hier explodiert ein Handy-Tach im Anderen. Mann, 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 Mann. So, Leute, eine gute Nachricht für Command & Conquer-Fans. Es ist wohl jetzt wirklich offiziell. Leute, es wird remastered. Das heißt, wir kriegen die alten Teile von früher nochmal wieder. Tiberium-Konflikt. Ja, und Alarmstufe Rot. Das waren auch wirklich die geilsten Teile. Und das ist meine richtig geile Nachricht. Und da bin ich echt gespannt, wann das kommt. Ab geht's! Ja, Star Citizen, Leute. Crown Founding hat 2 Millionen Dollar überschritten. Stopp! Fehler! Du Idiot! 200 Millionen! Abgefahrener geht's nicht. Da will einer ein Weltraumspiel entwickeln, macht ein Crown Founding auf und sammelt damit jetzt schon über 200 Millionen Dollar ein. Ich hab mir da mal die Internetseite angeschaut und hab da mal draufgeklickt, was da so im Monat gespendet wird. Das ist totaler Wahnsinn. Also es sind zwischen, ja, einer Million bis fünf Millionen. Die werden im Monat schon gespendet. Hammergeil. Das Game sieht aber auch wirklich Hammer aus. Von daher, die können richtig was. Und die Fans freuen sich natürlich auch drauf. Die Fans können sogar dabei mitwirken, wie das Spiel dann wird. Also da kommt was richtig Cooles auf uns zu. Aber wahrscheinlich müssen wir das noch bis 2020 oder bis 2019, man weiß noch nicht genau, uns besichert noch Geduld. Und da geht noch einiges an Kohle ins Land. Ja, der Mann Chris Roberts, der ja dafür zuständig ist oder das Spiel auch mitentwickelt, hat gesagt, ja, nicht nur die Millionen sind hier entscheidend, sondern wirklich auch die Fans. Das finde ich natürlich wirklich cool. Und wenn man da mit 42 Dollar einsteigt, ja, dann kriegt man dann nachher auch irgendeinen Boni, wenn das Spiel fertig ist. Und jetzt kommt der Clou, Leute. Wir können vom 23.11. bis zum 1.12. diese Beta-Version, die es da gibt, ja, einfach mal für free ausprobieren. Das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Das sieht richtig geil aus. So, weiter geht's. Jawohl, Windows 10 ist wieder dabei. Jeder kennt natürlich die Mail-App. Bei Windows 10 ist jetzt unten in meiner Taskleiste so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Briefumschlag drin. Das ist das sogenannte Mail-App oder die Mail-Software, womit ich meine E-Mails dann einfach abrufen kann. Ist eigentlich eine feine Sache, weil dann brauche ich zum Beispiel nicht auf gmx.de gehen oder irgendwo anders hingehen, sondern kann die Mails einfach über das kleine Programm abrufen. Tja, jetzt ist das Programm aber negativ aufgefallen. Ja, Windows 10 hat da wohl angeblich einen Test gefahren. Und was ist dabei herausgekommen? Natürlich bekomme ich jetzt schlagartig in dieses Mail-Programm Werbung. Finde ich jetzt sehr interessant, weil das ist genau das, was ja die Leute nicht wollen. Deswegen benutzen sie ja so ein Programm. Dann brauche ich mich nicht auf irgendeine Seite einloggen, wo ich erstmal völlig überfrachtet werde mit 20.000 Werbebannern. Tja, Leute, das kommt schon mal gar nicht gut an, wenn ihr da jetzt einfach Werbung reinverteilen könnt. Und so haben es die User auch geschrieben. Das geht gar nicht. Und da haben die meisten auch keinen Bock drauf. Daraufhin hat sich Microsoft entschuldigt. Er hat gesagt, es wäre nur ein Test gewesen, der so weit hätte gar nicht laufen sollen. Ich glaube da mal gar nichts von, Leute. Ich befürchte einfach, dass wir irgendwann in unser kleines Mail-Programm stumpf Werbung von Microsoft bekommen. Und genau deswegen ist es wahrscheinlich auch auf dem PC da drauf. Tja, das gibt einen Daumen runter und das geht gar nicht. Und für Tests wird sowas hoffentlich nie wieder missbraucht. Ja, Leute, das ist nicht cool. Auf gar keinen Fall. So, kommen wir jetzt zu den Hasskommentaren. Okay, Google, was sagst du zu Hasskommentaren? Ich hoffe, die wandern alle in den Knast. Ja, genau so sehe ich das auch, Leute. Das geht gar nicht und das muss auch nicht sein. Und viele sind da richtig verletzend. Ja, die Bundesregierung hat jetzt Razzian gegen Hasskommentare durchgeführt. Also, man soll halt nicht glauben, wenn man im Internet zum Beispiel bei Facebook oder bei YouTube oder irgendwo anders was postet, dass man dort posten kann, was man will und dass das keine Konsequenzen hat. Ja, in diesem Fall wurden 29 Beschuldigte sogar festgenommen. Ja, da gab es in 20 Polizeistellen wirklich Hausdurchsuchungen. Da wurden Computer alles fest, also beschlagnahmt. Das war in Bayern, Brandenburg, Hessen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, halt überall wurde zugeschlagen. Und das finde ich an der Stelle auch wirklich mal richtig, dass dort einfach mal die Polizei einsteigt und sagt, okay, Leute, hier ist jetzt das Limit überschritten. Hier wird jetzt einfach mal eingestiegen. Tja, also, Leute, denkt doch einfach mal drüber nach, was ihr da postet. Manchmal kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln, was mit den Leuten los ist. Ja, und dabei bleibt es auch und das waren die Online-News, Leute. Okay, Google, hast du noch irgendwas zu sagen für die Fans? Hey, Leute, holt euch ein Abo. Genau so sehe ich das auch. Ihr seid die Geizten und damit bin ich raus. Und wir sehen uns später. Und warum lädt ihr jetzt noch mal ein Handy? Das gibt's doch gar nicht. Warum lädt ihr ein Handy? Nein! Bis zum nächsten Mal.